Musik 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 Ein Tänzer Klatsch Schreck Bist so fies Du bist tot wenn sie dich finden Sei leise Yay Und was Neues? Ne bei 53 nicht Nein Gibt zwar 3 Verteidigung mehr Keiner verliegt aber 2 Angriffe Wolf Gorilla Der Gorilla hat Stacheln auf dem Rücken Auf dem Rücken Ja Ein bisschen muternd Ja Bleib da ich bin zu dir Ja Hat der Schwung Alter der hat meinen Heifang geblob Ja Ja Was für ein Cheater Hab ich denn hier Ein Wolf Ein Gorilla Killer? Und Wolf Cheater Cheater Ob ist? Was ist eigentlich aus diesem Event geworden im Forum Was sagt die Katze? Kann sich noch dran erinnern? Ey so viele Sachen die einfach untergegangen sind Wo Alter Nee das ist schon Ben Ja und Finde das oder was Das Kratzenhörnchen das meinst Ja was das sagt Da habe ich auch mitgemacht habe nie eine E-Mail bekommen von wegen neuer Antwort oder so Nichts wurde da mehr geschrieben Hä was machen wir denn hier? Na nichts ne Ach man Eil Guck hast mich beim Gesamtschaden fast wieder eingeholt Was? Einmal gechillt dann Get out Tragis Labor Item wurde zerstört Yo 55er so Machen wir nicht Ah da Quest zum abgeben Die habe ich nicht gesehen Ja Töte Skleut Fünf Stück Ha Eins Zwei Drei Einer fällt Ja Fünf 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 Ja Fünf 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 Ich verbrauche meine Seelen-Skills schneller, als wir ungereinigte Seelen sammeln. Ja, weil wir einfach nur andrücken, ne? Schläger, Schläger. Wir können da auf den Hügel rauf. Da hat's etwa 4-5. Ist man hier? Oh ja. Gehst du rechts? Ja, sehr schön. Da geht's. Und... Drei Stück Stürmer, Schläger, Stürmer. Im Feld noch ein Schläger. Da hinten ist ein Schläger. Ich hole den. Sehr schön. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Meine Frau ist immer noch am Schlafen, Nachtschicht, weißt du, heute Morgen rausgekommen um 7 Uhr. Ja. Dann macht das Wetter einen noch so müde, diese ganzen Umschwinge ständig, warm, kalt, warm, kalt. Dann mal wieder Regen, dann wieder warm, dann schwül. Mach dein Furkirre, ey. Die Ferkelchen, ey. Das ist cool. Screenshot. Ferkel und Ferkelchen. Und die Pads sind dann jeweils vertauscht. Ja. Einer ist ein Krieger, die anderen war Mordläufer. Wir brauchen reichbare Beweise. Wenn ihr diese Grenze überschreitet, kann ich nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Wenn du sterben willst, ich halte dich nicht auf. Ach nett. Wenn du sterben willst, mach doch. Spring doch. Hä? Wäre wo was. Der Typ hat das vorhin gesagt. Sonst, du mich hat das. da kann weitergehen du hast schon bekommen ja ich hab schon drüber gleich 55 50 äh, chikabe, chikni, kni, knu, kni chichi chichi, der hat ja kaum noch du hast die Leiche gesehen haben wir gezwitscht wir küssten mal ein 4 Widerstandsarmband Neeeeee er hat sie vor uns gekriegt da sind zwei ein bisschen zu mir auch noch zwei ein Haus Kultus und jetzt nicht aber nicht nicht gehalten stimmt es geht ja auch kaum zu glauben ja ich muss weil auf dem thailändischen irgendwie nicht da muss wenn du die schriftrolle unten hast ja ich weiß ja dann geht es ja aber das ging im thailändischen hat glaube ich andere oder so und mit dem ging es dann irgendwie nicht keiner ok da haben wir die mana rollen genommen ach ne da haben wir die außerhalb des kampfes rollen genommen sowas aber wo sind sie denn nur warten wir sollten gleich vier kommen da ist einer aber ich merke dass mein equipment hier viel zu schlecht ist irgendwie aber ja weil es von um um zu selten kritisch mittlerweile ok kommt ja nachher kann ich es noch viermal benutzen dann ist schon wieder leer was ist denn hier los alter ein schlitzer unser nach brauchen wir noch ein schützer und dann ist wir fertig ok ah der andere holziger gerade wie das sind level 3 flügel da was kann ich für dich tun nicht schlecht abgegeben was gekriegt wie viel geben deine flügel auf level 3 weisst du das ich habe sie level 2 was geben die auf level 3 auch nochmal 5% drauf oder was 18% angriffs äh angriffs anstelle von 15 oder nein 16 16 angriffs- und zaubergeschwindigkeit bleibt gleich hoch dazu kriegst du 20% bewegungsgeschwindigkeit und die erhaltene erfahrungspunkte sind auch gleich ah der schütze der schütze der schütze ist eine immer noch auf level 1 ja ja ich lasse den gelten habe ich auch fast auf level 2 ja meine aber noch 22 ja das ist wenn ihr euch wenn das euer Spezialgebiet ist dann bitteschön also ewig ich weiß dass ich auch ohne das Ding alles machen kann und daher ist es für mich nicht unbedingt ja ob der den jetzt 5% mehr hat oder weniger hat das ist also nicht es kommen ja noch bonus dazu dann pro level kommt irgendwas dazu ja ja aber ich sag ja wenn das das ist was dich am leben erhält dann bitte also ja das ist so wie dieser master hier weißt du kloppt mein mob ja und erhofft sich da irgendwas raus also das ist dann ja du musst ja sagen sorry denk ich erstmal nach und ich werde nicht sterben und ich werde nicht sterben und ich werde nicht sterben nur weil mein seelenskill ein level niedriger ist also das ist ja hast du was gekriegt ja von diesem Schaman ja zerstöre zerstöre seelen Weetch go, baby. Ontschere. Level up, level up, level, level, level up. Wow. Le crunch. Ach, wieder so eine zwölf Tränen, scheiße da, ey. Oh, das ist blöd. Vielleicht findest du ja was. Und da ist auch schon jemand. Und da ist auch schon jemand. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg, muss sogar ein paar Sachen verkaufen. Und ich muss sie benutzen. Ja, wenn sie tot sind. Ja, toll. 24 Stück. Dann machen wir wieder separat und wechsle ich wieder. Ja, machen wir. Sonst hau ich mich ja dumm und dämlich. Naja, ich find so was ich dämlich auch. Oh, okay. Was für eine Quest, Alter. Eine Dämonen-Treat-Mähne. Hast du die nächste Quest schon angenommen? Naja, ich guck es gerade hier. Ja, siehst du, Sammel-Blind-Gänger sammeltret-Minen. Oh ja, dann nehm ich das auch nicht mehr. Ja, nachdem... Was sagst du, rot ist mit Geschwindigkeitsbonus, ne? Oder kriegen die alle Geschwindigkeitsbonus? Rot und gelb. Ach so, gelb auch, okay. Dann ist ja gut, dass ich gelb benutze. Ach so, gelb. Das ist auch cool, ey. Hat der Typ, der da hinten rumläuft, seine Gilde mit hinten großes DE dran geschrieben? Ja, DE ist deutsch, deutsch. Ja? Aber wenn du jetzt ein Amerikaner beibringen willst, dass du deutsch bist, musst du GER dahinter schreiben. Also ist das DE völlig fail. Ja, woher soll der denn wissen, ähm, oder zu mir? Ja, okay, geht noch bei amerikanischem Deutsch, ja. Aber wenn du jetzt ein Afrikaner hier hast und der sagt, hm, Germany, Germany, du bist nicht Germany, du bist DE. Hey, toll. Eigentlich müsste ja A-L-L stehen. Was, L-L? A-L-L, ja. Warum? Das hier ist der französische Söre, oder? Ja. Okay. Boah, ist das langweilig, Alter. Ist ja, bist ja fertig, bis bei den ganzen Leuten dauert ja Ewigkeit. Brauch noch drei. Hä? Also, Sammel-Blindgänger. Mal sind zu unsichtbar, lösen sich auf, ohne dass du siehst, dann explodieren so. Was ist denn das für eine Bugfest? Ne, es ist nicht Buggy. Es ist ziemlich, äh, ja. Hat auch bei mir lange gedauert, bis es kapiert hat. Du darfst circa nur auf fünf Meter Nähe hingehen. Nicht näher und nicht weiter. Also, ich bin vorhin hingegangen, hab da Dinge mit F eingesammelt, fertig. Hä? Ja. Ja. Dann bin ich zur nächsten gegangen, die ist sofort explodiert. Und dann bin ich zur nächsten gegangen, die hat sich aufgelöst, ohne dass überhaupt was passiert ist. Also, war auf einmal weg. Block weg. Du musst da den Ding da, den Detekt der Minenentschärfe benutzen. Achso. Das heisst, die andere war schon entschärft? Könnte sein. Von irgendjemand anderem, okay. So. Brauche ich nur noch die Blindgänger. Ah, Fail. War ich zu nahe. Ja, du darfst nicht näher als fünf Meter hin. Meine letzte Säle, die ich benutzt habe. Also, Seelenskill. Ich kann noch 300 einmal. Ja. Gut, ne? Auch der hier hat Level 3 Flüge. Ich bin viel zu weit weg, als dass ich das sehen würde. Ist er Master. Kann ich verheblich sein? Ah, die rennen zu dritt ab, bin ich blöd. Jetzt. Die sind doch nicht mehr ganz dicht, die Leute. Es gibt einen n Sergio interesser. good toplinen Broere. Das Säle. '